Wo kommt ihr alle her? Ist die alle so bereitwillig sich neben den Abgrund stellen, finde ich aber. Habe ich einfach mal so einen Amboss gepflanzt? Und weiter geht's in die Villa. Gebt mir doch einfach von der Pelle. Ja, ich möchte das Foyer betreten. Oh, 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 oh. Willst du nochmal? Ne, komm doch los. Ne, ich guck halt gerne zu. Los weg hier. Weil diese Spinnensklette, die sind auch aus dem Super Nintendo Spiel von Miki und ich hab sie gehasst. Weil egal was man gemacht hat, die haben einen immer irgendwie getroffen mit ihren fliegenden Knochen und schlag mich tot. Furchtbar. Die Villa sieht aber geil aus. Abgesehen von den Poltergeistern. verschiedenen Fl Понern, die ist die состояниige. Sieießen wollen, dass sie jetzt aber ... He interchangeest. Was Jesus der Appenber 났 uns? Nein, 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 Nein! Nein, nein. Nein, 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 nein. Ah! Die sind überall. Runter! Nicht ich! Oh! Ich hab was gefunden. Eine Filmrolle, wie cool. Gehen wir mal hier auf der Seite hoch, ob es hier irgendwas Besonderes gibt. Weg! Ach, der hat die Dicken da aktiviert. Hallo. So. Woher jetzt? Das so, das so und dann das wiederum anders und dann haben wir es doch. Da muss ich hier irgendwo noch eine Anbar-Skizze herkriegen. Woher? So. Na, na, wenn das nicht cool war. Voll den Eingang gefunden. Geht das andersrum? Okay. So. Na gut. Ach, viel besser. Das muss ich gar nicht in Ruhe. Aber erstmal. Da will ich dann auch rein. Hamburger Skizze. So, Batsch. So. Da will ich dann. Wunderbar. Ich nehme mich jetzt mal selber weg. Warum? Oh nein. Oh nein. Ah. Wunderbar. Das sieht doch mal gut aus. Damit können wir doch arbeiten. Dann wollen wir mal. Nummer 1. Was mir überhaupt nichts bringt. Aber gut. Dummer Vogel. was mir beim Video ist doch mal. Was mir auch noch weiß. Ey, explodiere. Du auch. Danke. Und weiter geht's. Ich will mal die anderen Geister noch beruhigen und dann geht's hier weiter. Die Vögel haben sich grad so synchron hin und her gewippt. Das sah cool aus. Lass uns reden. Schatz, wir müssen regeln. So. Was will der gute Geist mir denn erzählen? Ah, ich will meine Treppe reparieren. Wundervoll. Kiste. 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 So. Ja, ich möchte den wachsenden Raum betreten. Was? Ja, wenn ich das richtig gelesen hab, ist das der wachsende Raum. Hier, guck mal. Der Nerd in mir ist erwacht. Guck mal oben. Hast du das grad gesehen? Ah, jetzt ist es. Ah, jetzt ist es. Ein Phantasien. Ja. Nein. Nein. Ach. Was zum Geier ist das? Alter Schede. Geh weg. Alter, das Vieh hat mich fast umgebracht. Ja, ich hab doch richtig gelesen. Der wachsende Raum. Hm. 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 Na komm, du schlägst mir hier fast ein. Jetzt mach du auch mal was. Sei produktiv. Spiel. Woll ich sagen, machen wir das noch fertig und machen dann eine kleine Spielpause, ne? Ja. Nee. Okay, warum nicht? Sprech die Bilder mal an, wenn das geht. Ach nein. Ich bin dran. Ja, viel Spaß beim Knobeln, ne? Ne, ich glaube, das war richtig. Ich weiß nicht, dass du das wieder verdunnen musst, genau. Aber das hier nicht. Wow, das meine ich. Ja, ist doch egal, lass das doch jetzt einfach. Och, Michi. Es geht halt nun mal gerade nicht anders. Nee. Hä? Dreh's mal um. Da ist ja jetzt nicht zu viel dabei. Ob du da irgendwas machen kannst. Ja. Mal lass mal aus. Ja, das meine ich nämlich. Hä? Ach so. Das verändert die Deckenhöhe und dann kannst du die drehen, die Bilder. Jetzt geh mal da hin und mach da mal ne Drehattacke. Ja. Nee, noch einen. Genau. Jetzt geh mal eine Etage tiefer. Quasi. Ich glaube, du musst eins von den Zahnrädern dann wegmachen. Das ist dann doch einfach, als ich dachte. Ich müsste eigentlich in die zweite Etage kommen. Genau. Jetzt versuch mal das da oben auszumalen. Guck mal nach oben. Gut. Du hast den Fernseher gesetzt. Wunderbar. Ich kann mal gucken. Auf eins. Immer noch. Ich hab dir das vorhin schon mal gesehen. Ich hab dich vorhin gedrückt.